Das ist ein Arschloch-Spiel, ist das. Oh, und da haben wir schon wieder einen Gegner. Na, komm mal her. So ein ollen Gummy. Gummy-Zombie. Gummy-Gummy? Wieso sag ich eigentlich Gummy? Ich hab keine Ahnung. Du bist auch so ein Gummy. So ein bisschen Gummibär bist du. Aber hier kommen wir definitiv auch durch. Soll ich mal schön die Augen aufhalten, dass wir auch alles finden. Aber ich finde die Grafik, die ist echt Bombe. Wobei ich sagen muss, ich hab mir, ich hab ja mittlerweile, wieder einen Lebensstein, sehr schön. Ich hab ja mittlerweile mir auch mal die ersten paar Parts bei mir auf dem Kanal angeguckt. Und ich muss sagen, bei YouTube kommt die Grafik nicht so Bombe rüber, wie es jetzt ist, so ist, wie wir hier spielen. Also, bei YouTube sieht das nicht ganz so kristallklar aus, das Bild. Da oben ist was. Ja, dann... So, hier... Oh, Leuchtfeuer! Machen wir das erstmal an. Sehr schön. Weil die Leuchtfeuer sollten... Was? Ich finde das immer süß, man dreht sich einmal um, geht weg, kommt wieder alles volle Blutflecken. Warum sind hier so viele Blutflecken? Ich verstehe es nicht. Wahrscheinlich, weil die alle nicht mit den Gegnern gerechnet haben oder so. Und da ist auch wieder einer mit Pfeil und Bogen, der auf dich schießt. Ist der das schon? Ist der das? Nee. Komm ich da auch von hier aus? Trifft der mich hier? Entscheinten trifft der mich hier nicht. Wo ist der denn? Da hinten? Dann mach ich den erstmal platt. Oh, der macht's geschickt. Der rollt sich einfach mal. Oh, scheiße! Den hab ich einmal gar nicht gesehen. Ja, wir sind ganz schön hinter 40. Wo war das jetzt? Hier oben war das doch irgendwo gewesen. Ja, aber ich weiß nicht, wo wir da hochkommen. Hm, vielleicht müsste ich die Hölle hoch oder so. Warte mal, ich guck mal eben von etwas weiter weg. Irgendwie drückt mich dein Knie im... Ja, ich nehm's ja schon weg. Dankeschön. Oh, so ist viel besser. Ja, jetzt sitze ich aber dafür total unbequem hier. Ja, wir können ja gleich mal ein bisschen abwechseln. Mit dem bequemen Sitzen. Dann haben wir da Seele... Oh, wo kommst du weg? Hallo? Wo kam der weg? Keine Ahnung. Auf einmal war er da. Was ein dreckiger Pannenkopf. Puh. Hat er sich bestimmt unter der Baumstürfen steckt gehabt. Ähm... Würde ich dem Spiel sogar zutrauen. Hm. Dem Spiel traue ich alles zu. Das ist nämlich ein Arschloch-Spiel ist das. Da müssen wir... Ich weiß gar nicht, wie wir da hinkommen sollen. Aber ich glaube nicht, dass wir hier irgendwie... Ne. Hm. Also hier kommen wir definitiv nicht hoch. Dann müssen wir erstmal da weiter gehen. Das hört sich da am Plan an, wach? Jo. Oder ist hier irgendwie ne Schräge? Das sieht nicht so aus. Ne. Da geht es nicht weiter. War da noch was? Ach ne. Sah gerade nur so aus, als ob da irgendwas geleuchtet hat. Ich hab da... Ich hab ganz großes Problem. Dadurch, dass ich mittlerweile Dark Souls 1 so gut kann... Ähm... Bin ich ziemlich übermütig, was das Laufen angeht. Merkste selber, ne? Hm. Achso, Nachricht lesen brauchen wir nicht. Klettern wir mal hoch. Was mir halt ein bisschen in Angst mal ist die Tatsache, dass wir nur zwei Estus-Flakons haben. Ach du scheiße. Ach du scheiße. Guck mal an was hier rumliegt. Aha. Gib alles. Wow, 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 wow. Ey. So, den haben wir auch weg. Jetzt wo ist... Da ist noch einer der auf mich ballert. Von oben irgendwo. Oh. So, da kann er so viel ballern wie er will. Äh, ich nehm weiterhin die Estus-Flakons. Was ist das denn? Den konnte ich auch optimisieren. Ja. Kannst du mit dem reden? Weiß ihn noch nicht. Ich will erstmal hier die Gegner loswerden. Was ist der Arsch? Irgendwo da oben. Oh. 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 Ah. Scheiße. Hätte ich jetzt einen Bogen, hätte ich gesagt, schießen wir den herunter. Haben wir aber nicht. Mal hier mal eben... Was war das? Achso, wieder ein Blutfleck. Hier ist auch... Irgendwie sterben die... Aufpassen, der schießt schon wieder. Ja, ich merke das. Ich guck mal eben hier die Wände ab, ob da irgend... Das ist ein Loch. Wo wir herkamen. Eben. Da ist nichts, aber hier geht's noch lang. Ah, da geht ne Leiter hoch. Aber von hier aus kommen wir... Ist jetzt ne gute Frage, von hier aus kommen wir da doch auch nicht hin. Ich denke mal von oben irgendwie dann da auf ne andere Seite runter. Meinst du? Ja, weil da eine Seite geht der Felsen hoch. Moment, ich glaube hier kommen wir eher zu den Bogenschützen, oder? Das auch. Oh! Au! Das ist echt übermütig. Ja, das ist aber auch der... Wenn der das Schild zieht, läuft der schnell. Höhleninfanterie Handschuhe. Die bleiben ja sogar liegen. Mhm. Also ich meine auf der Xbox, wo ich da die zwei Parts gesehen hab von... Da sind die glaube ich nicht liegen geblieben. Mhm. Da sind die direkt verschwunden. Es kann aber auch sein, dass das daran an den Gegnertypen, an den jeweiligen Gegnertypen liegt. So, wo ist der Sack jetzt? Da oben ist auch noch was. Mhm. Da ist er. Komm her du Sau. So, du hörst auf auf uns zu schießen. Da hinten liegt auch noch was, da musst du doch überhopsen. Ja, das kriegen wir ja jetzt hin mit der richtigen Steuerung. Guck, wie schön das geht. Mhm. Dann holen wir uns erstmal das hier. Kurzschwertseele eines verlorenen Untoten. Stand da beides eins oder öfter mehr? Oh, oh, oh. Ich klappe jeweils eins, wenn ich richtig geguckt habe. So. Wie zur Hölle sollen wir denn da drauf kommen? Geh mal da wieder durch die Lücke. So, und jetzt eierst du da drauf. Ah, okay. Musst du ein bisschen aufpassen, aber ich tue es. Ich sehe da eines namenlosen Soldaten. Ich habe schon wieder nicht geguckt, wie viel da stand. So. Da geht es nicht weiter. Jetzt kannst du erst mal wieder runtergehen und mit dem Typen da quatschen. Achso, das Blutfleck. Ich dachte, der hätte noch irgendwie was. So runterklettert. Oder meinst du, wir können da doch rüberhüpfen? Aber das ist zu weit, oder? Ah, das ist zu weit. Du kommst da irgendwie noch anders hin. Weil, wenn du da stirbst, da kriegst du deine Seelen so schnell nicht wieder. Das ist auf jeden Fall ein Blutfleck. Naja, also ist da einer gesterbselt. Hm, haben wir hier noch irgendwie was? Nun. Naja. Also diese ewige Kameradreherei, die macht mich hier schon wieder ganz wirsch. Ja, Entschuldigung, irgendwie muss ich mich da umgucken, du Hammel. Aber der Typ hier, der scheint wieder so einer zu sein wie die Tante, die da versteinert ist. Der bewegt sich aber. Der bewegt sich. Der atmet. Hallo? Sprechen kann ich nicht mit dem. Ich lasse ihn trotzdem mal in Ruhe. Das ist wieder ein Menschenbild. Weil vielleicht kriegen wir ja mit dem später noch irgendwie was zustande. Oder der steht auf, wenn wir den plündern. Hm. Man plünder erst den anderen, der da rumliegt. Na gut. Oh, hier ist noch ein Feuer zum Anzunnen. Lebenstein, mal wieder. War das hier unten jetzt alles? Die vier nur, ne? Oder die drei? Dann. Nimm. Nachricht lesen nicht. Zerbrochenes, gerades Schwert oder was stand da? Großes Schwert. Okay. Ich weiß ja nicht, ob du den unbedingt hauen musst, aber... Ich will den erstmal nicht hauen. Ich bin gerade am überlegen. Unten war nichts mehr, ne? Hm. Hier oben war auch nichts mehr. Hm. Das heißt, wir müssen theoretisch durch die Nebelwand. Mhm. Ich hab Angst. Äh, jetzt geht das schon wieder los. Ja! Nebelwand. Ich hab so Angst. Nebelwand ist scheiße. Naja, durchgehen. Gott sei Dank. Ich wollte nur gucken, ob er sich bewegt. Ich dachte, er uns gleich in den Rücken fällt, verstehste? Mhm. Blutfleck. Noch ein Blutfleck. Ich hör auf jeden Fall irgendwo irgendwelche Viecher. Äh, ja. Da ist schon ein Gegner. Da komm ich aber nicht wieder raus, oder? Mit der Kante? Ich weiß es nicht. Vielleicht kommst du durch den Gang da rein. Ja, ich guck mal. Oha. Arschloch. Du glaubst, ich bin bekloppt, wa? Was ein Drecksack. Da hinten ist noch einer. Das ist aufhetzt dann im Raum. Oha. Meine Fresse. Oha, noch zwei. Aua, 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 aua. Ey, verteidige, Mann. Ach, ja. Heilige Scheiße. Ja, ich muss noch eine Estus-Flakon nehmen. 28. Ich glaub, wir verbraten die Estus viel zu schnell. Okay, hier können wir ein bisschen Krach machen. Das war der Raum, wo du gerade reingeguckt hast. Tatsächlich. Tatsachlich. Hm. Was ist das denn hier, Nachricht lesen? Gegenstand voraus. Wart, wo? Da. Ah. Wann mal. Holz, Holzbolzen. Scheiße, ich hab schon wieder nicht geguckt, wie viele. Ich glaub, da sollten wir echt öfters mal drauf gucken, wie viel wir da was einsammeln von irgendwelchen Sachen. Was ist das für einer? Was ist das für einer? Moment. Da ist keiner mehr. Oh, der ist schon da. Das ist ein anderer. Oh, das von hinten anhauen funktioniert jetzt auch mit Schwert nach oben. Höhlensoldatenhelm. Aha. Höhlensoldatenhelm. Was ist das für einer? Da hat einer auf dich geschießt. Das bestimmt als Arschloch von oben. Ach, das ist ein Arschloch. Ja, da musst du schnell lang flitzen, glaub ich. Höh, dreh dich. Oh, schiss, scheiße, shit. Schiss. Boah, ey, dieses Blocken, ne? Komm schon. Arschloch. Wie kann ja Bomben werfen. Verdammt. Heilige Scheiße, ey. So, da geht's hoch. So ein Leuchtfeuer wäre vielleicht ganz schlecht. Aber ich glaube, so großzügig sind die nicht verteilt. Hm, da liegt was. Ja, da steht auch was. Ich glaube, dahinter steht auch noch mal was. Hier steht nichts mehr. Oder was meinst du, wohinter? Das sah gerade aus, als ob da noch einer ist. Faustschild. Aber wie man da jetzt hinkommen soll, keine Ahnung. Warte mal. Na ja, hier bringt's auch nichts, irgendwo runterzugucken. Aber da scheint's auf jeden Fall irgendwo noch lang zu gehen. Kletter doch mal die Leiter hoch. Ja, was anderes wird auch nicht überbleiben. Wir müssen die Leiter hochklenden. Ich bin mal gespannt, ob hier auch wieder so was passiert, wie im ersten Teil. Das wird eine Leiter völlig übersehen. Und dann erst mal zehn Folgen wild durch die Gegend laufen. Kannst du dich noch dran erinnern? Ja. Dahinter dem komischen Schwein, dem Panzerschwein. Boah, nicht so schnell laufen, bitte. Hier können wir uns auf jeden Fall fallen lassen. Aber warum? Ist da was? Um weiter runterzukommen? Um da hinten an die Sachen zu kommen. Ah, ja. Aber ich möchte da irgendwie noch nicht unten rein. Ich will erst mal den sicheren Weg laufen. Was haben wir hier? Oh, die geht sogar auf. Scheiße. Aha. Oh, gut. Die ist aufgegangen. Ein Feuerchen. Ein Feuerchen. Und ich würde sogar sagen, da sitzt einer. Da sitzt einer. Ein Händler? Ich würde sagen, wir gehen erst mal ins Feuer dran. Da werde ich sogar dran rasten, um allein schon unsere Estos-Flakons wieder aufzuladen. Mh, das Schwert ist auch schon fast kaputt. Jetzt nicht mehr. Ja. Fein. Gucken wir mal, was hat er denn hier? Sprechen wir mal. Schau etwas. Alles. Oh, komm, jetzt helfe eine alte Frau und schau etwas. Schau etwas. Fabrizio und weiblich. Fabrizio und weiblich. Jetzt musst du den Zuschauern auch erklären, warum Fabrizio. Wer ist denn Fabrizio? Ja, Fabrizio aus Berlin Tag und Nacht. Ja, Berlin Tag und Nacht, Fabrizio. Wir sprechen die erst noch mal an, gucken, ob die irgendwelche Infos für uns hat. Giganten. Giganten. Seemt like the battles would never end. Poof, I love myself. I'm nearly a place to sleep. I swear I keep all me things right with me. You may travel night, but me thinks you bear a burden of your own. Der Hall ist aber gut gemacht, ne? Ja, der Hall, der war auch schon im ersten Teil super. Wenn so in Höhlen oder in so Gebäuden. They say these trees grew from the remains of the giants. From each carcass sprouted new life growing into what you see now. But do you know what they all say say? Don't believe what an old Hank says. It's high time that I pick up a most of a bargain for you. Next time we meet my lover. Mein Liebär. Ja, wahrscheinlich ist das nicht ganz übersetzt oder so. Okay, das kennen wir schon. Die will also weiterziehen und wenn wir uns das nächste Mal sehen, hat sie irgendwelche Schnäppchen für uns. Gegenstände kaufen. Was haben wir denn hier? 80. Gibt es irgendeine Möglichkeit, das zu vergleichen? Auswählen, zurück, Info, Anzeigen, Umschalten, Umschalten? Ne, schade. Ich hätte vielleicht gedacht, dass man sich das anzeigen lassen kann. Was soll das denn sein? Das sieht aus wie ein Rüstungsteil. Guck mal hier, Infos. Waffe für das Schlagen mit den Fäusten. Okay, man hat sich das schon mal erledigt, weil ich schlage umgehend mit den Fäusten. Warte mal hier. Ich hasse das, dass wir keinen Vergleichswert haben. Oh, Menschenbilder. Lebenssteine. Warte mal da. Zauberurne explodiert und richten Magieschaden an. Waffen, äh, Wurfmesser. Ein Schlüssel? Was ist das? Pharaos Wahrheitswerk. Boah, diese Abkürzung. Warum schreiben die das nicht aus? Da ist doch genug Platz in der Leiste. Aktiviert Pharaos Apparat. Moment, da müssen wir mal eben durchlesen. Ein Stein, der das Werk Pharaos des Vagabunden aktiviert. Achso, Pharaos des Vagabunden aktiviert. Pharaos der Vagabund streifte der Legende zufolge durch die Lande und erschuf Apparate, die allen helfen sollten, die Hilfe bitter nötig hatten. Seine Reisen führten ihn derart weit hinaus, dass Pharaos irrtümlich viele Erfindungen zugeschrieben wurden, die in Wahrheit andere erschufen. Was ist ja interessant. Was ist das für ein Schlüssel? Lenin? Len? Leningrads Schlüssel. Öffnet Schmied Leningrads nachher. Oh, den Schlüssel brauchen wir. Ja. Für den Schmied. Sollen wir den mal mitnehmen? Ja. Okay, dann nehmen wir den mal mit. Äh, so 1000 Seelen, ey. So frischen 1000 Seelen weg. Soida. Vielen Dank.